Einen wunderschönen Tag, er kann es leider immer noch nicht glauben und hatte sehr viele Tränen in den Augen, sagt der Musiker, als er das von seiner Tochter gehört hat. Nur einen Tag vor Weihnachten hat der Freund mit seiner Tochter Schluss gemacht. Sie ist dementsprechend am Boden zerstört, sagt DJ Ötzi. Jetzt muss sie Weihnachten wieder mit uns feiern, also mit meiner Frau Sonja und mit mir, leider, sagt er. Er wäre der perfekte Freund für sie gewesen, nur leider hat er nicht mal den Mumm gehabt und hat per SMS mit ihr Schluss gemacht. Er schrieb nur, es tut mir leid, Lisa Marie, ich liebe eine andere, ich muss es dir jetzt einfach schreiben. Aber DJ Ötzi wird seiner Tochter jetzt die teure Gucci-Tasche, die sie schon so lange wollte, als Entschädigung kaufen, damit sie dennoch tolle Weihnachten feiern kann.